Nachdenkseiten Die kritische Website Kulturwandel im Auswärtigen Amt Baerbock will, dass deutsche Diplomaten mehr auf Social Media gegen Russland und China austeilen Von Florian Warwick Glaubt man einem aktuellen Spiegelbericht, dann zieht derzeit ein neuer Wind durch das Auswärtige Amt. Außenministerin Baerbock fordere von ihren Botschaftern, dass diese klare Kante in den sozialen Medien zeigen Insbesondere gegen Russland und China Als Antreiber für die neue Kommunikationsstrategie habe diese sich einen langjährigen Spiegeljournalisten in die Zentrale geholt In diesem Zusammenhang verweist das Auswärtige Amt als zu folgendem Vorbild allen Ernstes auf die Social Media Pöbeleien ukrainischer Diplomaten Dazu passt, dass unter Baerbock der Allgemeinbildungstest sowie der psychologische Eignungstest für Bewerber zum höheren diplomatischen Dienst abgeschafft wurde Undiplomatisches Auftreten und Verzicht auf Allgemeinbildung als Kernelement wertebasierter feministischer Außenpolitik Zumindest dem Blatt aus Hamburg gefällt es Am 27. August veröffentlichte der Spiegel einen Artikel hinter Bezahlschranke unter der bezeichneten Überschrift Kulturwandel im Auswärtigen Amt Baerbocks Diplomaten sollen jetzt undiplomatische auftreten Zitat Spiegel Schluss mit der Zurückhaltung Die deutschen Botschafterinnen und Botschafter sollen öffentlich viel stärker in Erscheinung treten In sozialen Medien und Interviews Nicht allen im Auswärtigen Amt gefällt das Zitat Ende Bezeichnend ist der Artikel nicht nur wegen des transportierten Inhalts, sondern vor allem wegen des angewandten Framings Deutsche Diplomaten, die bereits im Sinne von Baerbock in den sozialen Medien agieren, werden ausnahmslos gelobt Ebenso die Außenministerin selbst Das liest sich dann beispielsweise so Die deutsche Botschafterin in Peking, Patricia Flohr, lässt geschickt verpackte Kritik am chinesischen Regime auf dem Kurznachrichtendienst Weibo posten Mit Klartext fiel auch Emily Haber positiv auf, die bis vor kurzem die Bundesrepublik in Washington vertrat Eine klare Haltung zu zeigen, passt auch zur wertebasierten Außenpolitik, die sich die Grüne auf die Fahnen geschrieben hat Gerade in Zeiten schriller Töne aus Moskau und Peking hält Baerbock eine robuste Rhetorik für unerlässlich Zitat Ende Ganz anders das Framing bezüglich der bundesdeutschen Diplomaten, die sich mit ihren Äußerungen in den sozialen Medien laut Wertung des Magazins aus Hamburg noch immer zurückhalten Die werden in Folge als ängstliche oder eher traditionell geprägte Botschafter bezeichnet Zur Umsetzung ihrer neuen konfrontativen Kommunikationsstrategie habe sich Baerbock, so der Spiegel, Anfang 2022 einen Antreiber in die Zentrale geholt Den ehemaligen Spiegel-Redakteur Ralf Beste Zitat Spiegel Zitat Ende Jener von der grünen Außenministerin eingesetzte Antreiber hat sich dann laut Spiegel-Informationen zusammen mit dem Beauftragten für strategische Kommunikation des Auswärtigen Amts Peter Psasek in den letzten Monaten bei Diplomaten verbündeter Länder über deren Öffentlichkeitsarbeit informiert Besonders viel habe man von Diplomatenkollegen in Israel und der Ukraine gelernt Wer etwa auf Twitter verfolgt, wie extrem unflätig und aggressiv regelmäßig ukrainische, aber auch israelische Diplomaten agieren Erinnert seien nur an die ganzen verbalen Ausfälle des früheren ukrainischen Botschafters in Deutschland Andrei Melnyk Dem kann bei dieser Aussage nur Angst und Bange werden um die sowieso bereits massiv geschädigte Reputation des Auswärtigen Dienstes der Bundesrepublik Deutschland Die negativen Folgen dieser neuen, angeblich wertebasierten Kommunikation lassen sich beispielhaft auf dem afrikanischen Kontinent verfolgen So lobte Außenministerin Baerbock explizit einen Tweet der deutschen Botschaft in Südafrika, der da lautete Was Russland in der Ukraine tut, ist das Abschlachten unschuldiger Kinder, Frauen und Männer zu seinem eigenen Vorteil Schaut man sich die Kommentare unter dem Tweet an, fällt allerdings auf, dass Beifall fast ausschließlich von deutschen Profilen kam Südafrikaner und Afrikaner anderer Länder kommentierten beinahe durchgehend kritisch Zahlreiche Nutzer fragten die deutsche Botschaft, wieso sich diese nicht ein einziges Mal zu den von NATO-Staaten geführten Angriffen gegen Irak, Libyen, Syrien Dem Saudi-Krieg im Jemen mit Hunderttausenden getöteten Zivilisten oder dem israelischen Besatzungsregime in Gaza und der Westbank geäußert hatte Andere verwiesen auf die jahrzehntelange Unterstützung der Bundesrepublik für das Apartheid-Regime im Gegensatz zur Hilfe der Sowjetunion für den ANC unter Nelson Mandela Und andere Befreiungsbewegungen im Kampf gegen Apartheid und Kolonialismus im südlichen Afrika Ein auswärtiges Amttweet, gelobt von Baerbock und verfasst ganz im Sinne der neuen Kommunikationsstrategie, der allerdings nur zur Befriedung der eigenen gesellschaftlichen Blase in Deutschland diente sich aber kontraproduktiv bei der wohl eigentlichen Zielgruppe im Gastland und Kontinent zeigte Noch weit schädigender in seinen Auswirkungen war allerdings ein Tweet im ähnlichen Duktus direkt aus der Zentrale in Berlin Anlässlich einer anstehenden Afrika-Reise des russischen Außenministers Sergei Lavrov im Frühjahr 2023 verkündete das Auswärtige Amt auf dem offiziellen englischsprachigen Twitter-Account des Ministeriums Der russische Außenminister Lavrov ist in Afrika nicht um Leoparden zu sehen, sondern um unverblümt zu behaupten, dass die Partner der Ukraine alles Russische zerstören wollen Hier ist ein Threat mit all seinen Beweisen Es gibt keine Dieser Twitter-Threat sorgte in ganz Afrika für einen Aufschrei der Empörung Unter anderem fragte die Sprecherin der Afrikanischen Union, Ebba Kalondo, ob für das Auswärtige Amt der Afrikanische Kontinent seine Menschen und seine Tierwelt nur ein Witz seien Andere hochrangige afrikanische Kommentatoren verwiesen auf den kolonialen Charakter des Tweets Ein weiterer Nutzer schrieb unter dem Tweet des Auswärtigen Amtes Das Niveau im Ministerium hat sich offenbar der neuen Außenministerin angepasst Selbst aus Washington kam Kritik So erklärte die Direktoren des US-amerikanischen Afrika-Karnege-Programms, Seynab Usman Deutschland werde keine Freunde in Afrika gewinnen, wenn es entsetzliche Klischees verbreite, um geopolitisch gegen einen Gegner in einem europäischen Krieg zu punkten Und auch die meist staatstragend berichtende deutsche Presseagentur, DPA, sah sich gezwungen zu titeln Tweet des Auswärtigen Amtes mündet in diplomatischem Fiasko Angesichts der massiven Kritik ruderte das Auswärtige Amt zurück und entschuldigte sich offiziell Doch die Sprecherin der Afrikanischen Union ließ diese Entschuldigung nicht gelten und gab der bundesdeutschen Diplomatie eine Empfehlung mit auf den Weg, die allerdings bis heute offensichtlich kein Gehör fand Respektieren Sie uns, wie wir Sie respektieren Außenpolitik ist kein Witz und sollte auch nicht dazu benutzt werden, billige geopolitische Punkte zu machen, indem man einen ganzen Kontinent mit kolonialen Klischees zu irgendeinem Thema illustriert Niemals Soviel zum bisherigen Erfolg der von Baerbock forcierten Klartextkommunikation im Sinne einer angeblich wertebasierten feministischen Außenpolitik Oder, um die derzeitige Chefin des Auswärtigen Amtes direkt zu zitieren Das ist die Kommunikation für Außenpolitik im 21. Jahrhundert In diesem Zusammenhang sei noch auf eine weitere Initiative der grünen Außenministerin verwiesen Wie unter anderem der Tagesspiegel berichtet, hat das Auswärtige Amt unter Baerbocks Leitung seit 2022 den Allgemeinbildungstest sowie den psychologischen Eignungstest bei Bewerbern für den höheren diplomatischen Dienst vorläufig abgeschafft Hintergrund war unter anderem der Verweis, dass diese bisherigen Tests angeblich weibliche Bewerber benachteiligen würden Ob Baerbock und ihren verantwortlichen Staatssekretären eigentlich bewusst ist, wie paternalistisch und in der Konsequenz frauenfeindlich diese Art der Begründung daherkommt? Zitat Tagesspiegel Zitat Ende Nach Informationen der Nachdenkseiten sollen das Auftreten, die genannten Initiativen und die Personalpolitik der aktuellen Außenministerin für massive Spannungen innerhalb der altgedienten Diplomaten im Auswärtigen Amt sorgen Die Nachdenkseiten konnten bereits im März 2023 mit zwei gut vernetzten Diplomaten außer Dienst reden, die zu FDP-Zeiten in das Ministerium kamen Laut diesen hat sich bei vielen Mitarbeitern ein enormes Maß an Frustration und Fremdscham angehäuft Es gäbe zunehmendes Unverständnis über die Art und Weise der Außenkommunikation sowie hinsichtlich der Sanktionspolitik ohne jede Rücksichtnahme auf deutsche Interessen, insbesondere was die Lage des Mittelstandes anginge Einer der befragten Diplomaten erklärte gegenüber den Nachdenkseiten Wenn Baerbock und Habeck so weitermachen, führen die Deutschland in die Subperipherie, wirtschaftlich wie diplomatisch Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte